Let's Play Terraria Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, was machen wir heute? Einmal wollte ich da noch ein paar Mölkchen hin basteln. Ne, so nicht. Das nicht, meine ich. Aber ich wollte mal so ein bisschen die Vegetation hier entfernen. Und wir hoffen, dass dann mal ein paar Bäuchen wachsen. So, werde ich vielleicht das öfter machen. Und bevor ich an dem Wölkchen bastel, würde ich auch noch mal endlich den kleinen Terminator kaufen. Ich denke mal, für den ist ja gerade genug Gold. Gold auch, aber geht da. Und dass wir auch noch ein bisschen Green Solution kaufen können. Und zumindest das unter unserem Haupthaus. Ja, haupthaus. Ja, haupthaus. In... Ähh, normales... Dings... Und was wir kennen. Normales Ding. Zweckhint ist nicht. So... Dazu müsste ich... Ähh... Da hin... Dahin... Dahin... Cerakoin... So... Ja... Ich lasse das nicht von allem einüber... Ne? Ach ja, richtig. Der ist ja im alten BC... Vom Handler das alte... Beziehungsweise er ist einfach mal runtergefallen. Oder? Ja... Oder sie... Die Steampunkerin... Shop... Erstens stehen... Und dann... Für fast alles Geld... Was wir noch über... Den... Ähh... 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 So geht das auch. So... Machen wir es mal... So... Jo... Wo ich jetzt da die Fackeln... Ja... Egal... So... Dazu... Jetzt noch ein bisschen beleuchten... Alles... So... see... Was wir da wegmachen... können, tunen, müssen, wollen, sollen so da mal runter graben, mal gucken ob wir noch irgendwas finden da ist auch noch was da ist noch was sowieso mal ein bisschen mehr abklappern, es ist nacht geworden so jo genau nerv achso das ist weniger Contaminator ist das jetzt Lehm oder ist das jetzt Dingens Lehm Moment Juro No ja das war der Fehlalarm das wollte auch mal vorkommen gut so das war auch Fehlalarm was das Dingensen angeht äh also es ist zwar Lehm wie anfangs vermutet mal so eine Probebohrung hier machen oder ich mach rechts weiter so 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 ja das ist die das ist Nachtmusik naja da haben wir ein bisschen viel weggemacht aber das breitet sich glaube ich wieder aus nachher von selbst so du 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 ja Ich hoffe, das ist weg. Einmal mal ein bisschen putzen. So, da unten noch ein bisschen. Tja, unsere alte Höhle, die ist auch gerade schon verseucht. So, und weiter geht's. So, gut. Ja, jetzt tropft der Kompass gleich nochmal. Ist klar. Ist ja auch noch was. So, das müsste jetzt schon einiges gewesen sein. So, jetzt ist das Gras weg. So, jetzt ist das Gras wegkommen. Diese Wurzelding. Das sollte schon einiges bereinigt haben. Irgendwo so eine Probebohrung, wie ich es so schön genannt habe. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier? Ja. So. So. End State. So. tomorrow. Das war. Genau, da ist es doch schon. Licht. So. Achso. 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 Ich hoffe das reicht fürs erste und werde ich nochmal eine Probebohrung machen. Upsala. Oder? Hier nochmal landen? Oder von da aus nochmal nach links. Von da aus. Dann sollte das eigentlich fürs erste reichen. Und später muss ich vielleicht einfach mal rechts vom Haupthaus... Na, da geht schon wieder los. Und 12 Minuten sind wir schon dabei. Naja, egal. So. Sieht ja auch aus mit dieser Zeichnung ja praktisch. So. Sollte eigentlich recht... ...okay aussehen. Hm. Da und ist noch so ein Quetzel. Glaube ich. Mal gucken. Verbraten wir noch die restlichen 24. Die fast unser ganzes Geld gekostet haben. Jep. Da ist noch was. Es sind noch 17. Upsala. Upsala. Dann mach ich ja von oben nochmal. So. Aber erstmal machen wir das hier dicht. Wieder. Wieder. Ja, Mittwoch ist noch viel Tag geworden. Ist es halt so. So. Sieht doch ein bisschen besser aus. Wenn nicht überall so krümselnd herum krümselnd. Mal gucken. Stichwort Wolken und so. Klaut. 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 Das reicht fürs Erste. Aber irgendwann müssen wir ja weiter. Rücken kloppen. Jo. Hier ist Hallo. Das ist schön. Hier nicht mehr. Äh. Ich hoffe das reicht. So erstmal fürs Erste. Da war es alle. Gut. Ich hoffe das reicht trotzdem. Damit sich auch den Hello bisschen verbreitet. Sonst müssen wir auch noch dafür Munition für den. Oder noch. Elf Gold München. Aber ich würde die jetzt nicht verbraten. Gut. Packen wir den Glen Terminator mal weg. In welche Kiste packen wir das? Die geht schlecht. Packen wir es mal in diese Kiste. Äh. Lucky Kompass. Ne ist klar. Äh. So. Fackeln. Ein paar. Äh. Äh. Es geht die Einsortierung rein. Geht doch los. Blue die. Ach komm. Na. 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 Weck der Lett. 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 Ahja. Ist mir noch. Hm. Mir ist alles richtig. Oder habe ich da teilweise was vom Klo für den. Ein. Und. Falsch. So. Schatein. So. Das ist dazu. Joa. Tun wir es dahin. Das ist jetzt voll alles hier. Kissen müssen wir auch irgendwie mal nach Farben sortieren. Ah. Beer. Das kommt jetzt da unten hin. Ah. Das würde doch passen. Ja. Die brauchen wir einen weiter nachher. Das muss auch irgendwie nach unten. Mal gucken wo genau. Mal gucken wo genau. Aber irgendwann ist halt die Sache immer voll. Da hin kommt. Das. Kriegste. Äh. Doch. Das. Äh. Loot all. Ja. Deposit all ist gerade keine gute Idee. Machen wir es mal kurz manuell. Besuchen wir uns irgendeine halbwegs leere Kiste holen. Eigentlich könnte ich da auch einfach mal kommen. Weg. Scheiße. Ja. So. Jetzt sind die da unten. Die. Die können da auch bleiben. Genau. Daneben packen ist immer gut. Äh. Ganz sicherlich nicht. Äh. Hallo. Nerv. So. Wo waren jetzt die Kisten drinne? Äh. Genau. Schmeiß weg. Da waren die. Und die waren da nicht. Ah. Nerv. Hä. Die hätten wir doch auch irgendwo reingepackt. Naja egal. Äh. Oder habe ich sie da rein. Ja genau. Genau. Da rein. Oh. Passt ja irgendwie. Mehr oder weniger. So. Deposit all. So. Zu damit. Brauchen wir eigentlich nur eine Kiste. Ja. Moment. Ich glaube das müssen so gehen. Loot all. Moment. Da. Da. Da rein. Deposit all. Ah gut. Jetzt ist es halt bisschen unsortiert. Ja. Loot all. Moment. Ja. Loot all. Deposit all. Und. Loot all. Deposit all. Und. Und. Loot all. Deposit all. So. Jetzt haben wir eine weitere Exzesse. Ups. Ne. Normale Waffen. Doot all. Doot all. So. Hier ist eine weitere Accessory Kiste. Und da ist eine weitere. Ja. Waffen Kiste. Und den Rest. Da kann man sich immer nochmal lohnen. So. Egal. Passt schon. Äh. Shut up. Und. So. 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 Fast. diese Linie. sich gebildet hat durch. das aktivieren. Das aktivieren des Hard Modes. So. Hm. Ich denke mal mit den Wolken. Mach ich denn doch nächste Folge. Weil wir haben mit dem kleinen Terminator doch ein bisschen länger gebaut. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Mal kicken. Da ist die Vorbereitung gleich falsch. Äh. In unsere Hütte wollten wir ja. So. Der Baum war da schon. Machen wir halt nochmal sauber. Oder war das der Baum neu? Ich hoffe das er neu ist. Habe ich jetzt nicht mit Kloppen. Aber ich glaube der war da noch nicht. Das wollte ich sagen. Oh. Und so weiter. Die Vegetation vernichten. Um Platz für Bäume zu machen. Jungle Road. Wir sind jetzt kaum. So. Ich nehme mit. So. Gut. Und dort. Irmessen. Aber das ist ja ganz gut. So. Gut. So, irgendwie wächst da noch nix... War doch da, war cool! Machen wir das ein bisschen öfter... In der Hoffnung, dass wir jetzt ein paar mehr Bäumchen wachsen... Geil blöde Flower... Gut! Da muss ich nochmal überlegen, ob ich das vielleicht mal ne Spur dicker mache, damit das nicht ganz so... Doch wohl... Ach... So! So... Gut! Äh... Ja egal... Geh mir jetzt halt so lang... Da haben wir noch nen Teleporter... Ist der da runtergekommen? Ah, runtergefallen wahrscheinlich... Oder ist der irgendwo verreckt? Und der da unten... Nein! Er ist runtergefallen oder runtergesprungen oder... Whatever... So... Das müsste hier sein... Das suche ich noch... Ja... Was ich sagen wollte... Sollten wir Plantera nicht schaffen... Auf normalem Wege werde ich wahrscheinlich das die demontieren... Und dann... Bei der Plantera... Äh... Bei der Plantera E-Bände... Äh... Arena... Hinbauen... So, jetzt ist das Müll hier schnell weg... Von jedem... Würfern an... Genervt kommt... So... Gut... Fangen wir an... Mit dem... Äh... Wegpacken... Ja... Quick-Stack... Quick-Stack... Wolken können wir auch bald wieder bomben... So... Feather... War... Da... Quick-Stack... Da... Quick-Stack... Und... Äh... Äh... Ja... Irgendwie so... So... Ganz schön vollgemüllt... Und unsortiert... Na egal... Ja... Ich wollte immer noch... Dings holen...